Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnome. Ich glaube ich lass mich jetzt erhängen, ey. Ooooooh. Mega schwer zu leveln, weil einfach... Es gibt keine normalen Gegner in Level 45. Man hat eigentlich nur sehr schwere Gegner und man hat leichte Gegner, aber in der Mitte irgendwie nichts. Und dann droppen die so richtig scheiße. Also jetzt habe ich in diesem Looting 88 grüne Granat, 62 orange. Habe ich nur einen Fippenpfeil bekommen. Okay, noch ein bisschen mehr. Die zwei Sachen noch dazu. Jetzt nochmal ein Ding. Oder drei sogar. Aber alles minderwertige Qualität. Wirklich völlig unnötig. Es geht wirklich nur noch schleppen voran. Hier Arachnit, Azurit, Almandin. Also ein Prozent brauche ich nicht. Ich würde jetzt immer alle Erdsteine rausnehmen, die recht schwach sind. Ich brauche keinen Zweischahn. Vier, ja. Ja, vier Krit wäre auch noch gut. Durch Borsche an drei, nein. Weg da. Das lassen wir. Das weg. Naja, drei nehmen wir auch nicht. Weg. Auch drei. Weg. Weg. Und dann lassen wir den weg. So. Wir noch kurz den Orangen, der gut ist, wieder reinlegen. Keine Orangen. Keine Orangen. Keine Orangen. Es sind alle drei, ja. Drei bringen nichts. Ähm, weil. Sonst habe ich so viele im Moment. Die Diamanten könnten wir jetzt auch wieder weglegen. Weil ich sowieso keine Quests bekomme mit Diamanten. Und das Problem ist einfach, diese Leveler-Killer von Syrtis ist immer nur Syrtis. Die nerven die ganze Zeit herum. Wenn sie auf dem Weg nach, ähm, John Rick Castle sind, sind sie immer bei mir durch. Und natürlich, auch wenn ich AFK bin, nichts reagiere. Es war so lustig. Einer kam so, sah mich als mega Bedrohung an. Er war sehr schwer, also er war Level 60. Sah mich als extreme Bedrohung an. Ich bin Level 45. Was macht er? Er testet, ob ich wirklich AFK bin. Läuft ein bisschen herum, oder? Und dann ein sofortiger Stun. Es gibt so einen Stun beim Baban. Ich weiß nicht, welchen Stun das ist. Wo es für sieben Sekunden geht. Er wartet, er wartet. Ich darf mich ja nicht rühren, oder? Und gleich ist der Stun fertig. Und dann stunt er mich nochmals. Und dann nochmals. Und dann nochmals. Er testet halt einfach, ob ich umkomme. Und dann killt er mich in Sekunden schnell. Ich verstehe nicht, was er probierte. Also sowas von lächerlich irgendwie. Also, ist ja gut, wenn man Level ein bisschen killt, oder? Wenn man ja im gegnischen Reich ist und so. Aber wenn man dann so vorsichtig ist und alles. Dann finde ich es eher als Gag oder so. Als etwas witziges. Okay, das ist eine sehr große Schlange. Das ist nicht gut. Was sind die Großen? Da ist eine Große. Und ja. Ich weiß nicht, ob der spielte, oder was ich mache. Was der wollte. Vor allem hat er mich extrem ausgetestet. Dass er ja keinen Schaden bekommt. Dass er ja nicht fehlt. Oder sonst irgendwas. Keine Ahnung, was der wollte. Vor allem, wenn man doch sieht, der ist leicht wahrscheinlich. Warte kurz. Sehr schwer ist sehr leicht, oder? Ja. Ja. Sehr schwer. Also, wenn man doch angesehen wird. Also, wenn der Gegner sehr leicht ist. Wieso macht man dann so... Wieso hat man dann so Angst? Ist ihm wieder einen Schritt zurückgegangen? Dass ich ja nicht angreife, weißt du? Ist ihm wieder einen Schritt zurückgegangen. Und ähm... Ja. Das sind eben die Leveler Killer. Die wollen nicht, dass man sie überrascht. Oder irgendwie... Dass es zu viele Level 60er gibt. Und die haben einfach alle Angst. Wirklich. Fast 80% der Spieler haben einfach zu viel Angst. Auch im Fortkämpfen. Der Barbar wurde extrem... Unnütz irgendwie. Er macht zwar viel, viel Schaden. Ist eigentlich der, der am meisten killt. Aber wenn die Gegner die ganze Zeit abhauen. In Fortkämpfen überall. Sie haben einfach die ganze Zeit ab. Sind alles nur noch Angsthasen. Da oben spawnt nichts. Und das finde ich ein bisschen schade. Die Spieler machen ihr Lieblingsgames selber kaputt. Jeder Spieler macht den anderen die Sachen kaputt. Wieso kann man nicht ein bisschen normaler spielen. Indem man einfach... Hat auch etwas traut. Und ähm... Fair spielt. Und nicht immer alles mit Handel. Nach oben. Setzt. Setzt. Und... Ja... Es ist halt einfach im allgemeinen... Das Spielumfeld. Das Entwicklerumfeld. Und... Ja... Auch das Werbeumfeld. Und so ist einfach total schrotting. So haben wir es. Ich bin ein bisschen enttäuscht momentan von den Champions-Refregnungen. Weil jetzt gerade jetzt kommen die Sachen, die wirklich nervig sind. Auch so zum Zugzwang. Weil man jetzt natürlich viel angegriffen wird. Und... Auch eben echt frustriert. Ich bin nur noch frustriert. Wieso muss man so lange leveln? So lange leveln musste ich nicht mal bei Diablo 2 von Level 99 auf Level 100. Und das ging schon ungefähr... Weiss nicht. Zwei, drei Tage, wenn man die ganze Zeit immer Ball-Rounds gemacht hat. Und noch mehr. Oder noch viel länger. Weiss nicht mehr ganz genau. Ich habe nur Mods gespielt meistens. Und dort levelnt man sowieso blitzschne. Aber vor allem einfach... Es ist mühsam. Es ist richtig mühsam. Vor allem wegen dem... Die ganze Zeit ausruhen. Und so. Und ich könnte natürlich Hilfe... Holen. Ich könnte ganz viele Bashes neben mir machen. Aber ich will im Let's Play... So viel wie möglich einfach alleine schaffen. Und danach mal auf Level 60... Den Luxus haben. Weil... Äh... Was bringt es, wenn ich jetzt euch zeige... Wie ich ganz am Anfang bin. Und dann sofort am Ende bin. Wenn ich alles hoch... Mich hocharbeite, dass Baba unschlagbar ist. Habt ihr ja gar nichts mehr zu suchen. Zu finden. Zu sehen. Oder? Und schon wieder ein paar neue. Drei Stück. Ja, ich finde irgendwie... Es leveln nur noch alle zusammen. Und das will ich irgendwie ein bisschen... Gerne ein bisschen... Dass ich alleine level. Weil... Aber wenn jemand jetzt... Mich natürlich fragt, ob er gerne... Mit mir leveln kann und so... Dann tue ich natürlich annehmen. Aber... Das meiste kommt bei mir von alleine. Also... Ich bin halt ein Singleplayer-Spieler eigentlich. Und nicht eine MMORPG spiele. Weil ich halt einfach nicht dieses... Dieses... Ähm... Soziale in Games habe. Außer das Reden. Das Chatten. Oder das... Fortschlachten. Mitmachen. Ich will einfach nicht die ganze Zeit... Irgendjemand anbeteln. Oder anschreiben. Ja... Komm... Mach Partyplay. Und so. Deshalb möchte ich einfach... Ja... Ein bisschen berühmt werden. Hier... Mit dem Let's Play. Dass ich ein bisschen Ansehen bekomme. Und dann kommt sie auch von alleine. Dann muss ich es nicht mehr machen. Und sagt auch jeder wirklich... Aber er fragt, ob er... Mit mir... Leben will. Und dann mache ich es natürlich. Aber... Da momentan sowieso ist es, weil das nicht kommt. Weil es halt einfach... Naja... Das Game man das nicht braucht. Und viele Leute brauchen das nicht. Bringt es natürlich auch nichts. Wie soll ich jetzt diese Schlange killen? Ich finde es... Wirklich... Unfair, dass die Monster überall an den Klippen hängen. Oder irgendwo drauf oder drunter. Oder so. Wieso können die Entwickler das nicht anständig machen? Das ist schon ein bisschen... Nervig. Richtig nervig. Wenn man einfach mal die Hälfte von dem Gegner nicht kennen kann. Weil wir sind nicht erreicht. Der Baba hat schon genug Nacht. Was beim Leveln ist dann... Der Baba eigentlich schon schnell. Aber... Einer der... Äh... Es am schwersten hat. Alle anderen haben ja... Äh... Fankampfangriffe aus der... Ritter. Der Ritter hat es ja am schwersten, weil er so wenig Damage macht. Aber... Ich meine muss ja keine Pause machen. Oder fast keine Pause machen. So. So. So haben wir bekommen. Äh... 35er... Zweihändiger Morgenstern. Völlig Schrott. So. Ich wollte ähm... diese Armschienen für Hexenmeister. Ich nehme keinen Hexenmeister. Hallo Maus. Äh... Wegnehmen. Der ist nämlich sehr viel stärker als der da. Hat aber keine Mods. Den lasse ich. Den ähm... Angusgeschwind. Ja. Ach komm ey. Ich hasse das. Das eventuell macht ihm die Steuerung kaputt. So. Was wollte ich noch rausschmeißen? Der da? Eich. Ja. Ach komm. So. Dann Projektionspfeil möchte ich gerne lassen, weil er überragend ist. So. Level up. Sehr schön. Und der andere, der Waldwächter. Ja, sowieso. Auch wegen dem Eischal. So. Jetzt noch kurz zum Babar. Der ist hier. Und... Was könnte man jetzt noch hochstufen? Fünf Sekunden. Zerdrücken können wir nehmen. Ah, ich skill wahrscheinlich neu, oder? Ja, ich muss neu skillen, weil ich die Attacken sowieso nicht benutze. Dafür aber Zerdrücken nehmen. So. Also. Zuerst einmal haben wir hier neue Items. Das Schwert ist abgrundswertig. Wahrscheinlich verwenden. Ähm. Und die anderen habe ich nicht. Greifenhose habe ich noch zum Ausrüsten. So. So. Als erstes. Stahlgemüt. Positive Effekte müssen wir nicht nehmen. Weil das die Mops halt nicht haben. Ja, zerdrücken. Das noch. Und jetzt mal noch kurz schauen. Was ist stärker? Rippenbrecher. Ist auch sofort, ja. So. Hier. Ähm. Vielseitigkeit. Behutsamkeit nur. Hier wieder voll auskillen. Lootdurst. Könnten auch zerquetschen. Aber es nicht so gut. Ähm. Dehnungswelle ist auch AOE. Muss mal schauen. Versteht nicht. Ah, allen Gegnern, ja. Destabilisieren. Unnütz. Unnütz. Auch Unnütz. Auch Gegner. Ich will keine AI Sachen. Ähm. Hier ist ja Geschicklichkeit nur. Da. Was sieht auskennen. Was ist geht nicht mehr? Ja, Bluetooth schon auf 5. Na komm, dann mach ich sie hier nicht. So. Hä? Ich hab doch 44. Ja, okay. Dann nehm ich lieber das. So. Mach hier noch 4. 4. 4. Ähm. Ja. Ekstase. Und hier hätten wir noch. Das könnten wir noch nehmen. Einfach wenn ich ihn fortschlachten bin. So. Jetzt hätten wir noch 6. Das könnten wir jetzt sonst noch machen. Wir könnten hier noch hochstufen. Aber das ist Unnütz hier. Ich weiss nicht was ich. Griechische Reflexe. Angriff könnten wir dann mal noch nehmen. Später. Aber jetzt haben wir einfach zu wenig Punkte. So. Was nehmen wir noch? Können sonst nichts nehmen. Dann lassen wir es. Dann lassen wir es. Ähm. Ah, da ist ja noch. Bestimmt. So. Gut. Haben wir uns wieder mal richtig gut geskillt. So. Das. 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 Das machen wir hier hinten. Das hier. Das Hecker hier. Sprint. Das muss ich hier. So. Das Reitier können wir sowieso hier oben machen. So. Was haben wir noch? Berserk. Berdigstärke ist nichts. Okay. Das wärs. So. Also genuges Geld. Ich hoffe einfach, dass es relativ gut ist. Skill halt ein bisschen anders als die anderen. Ähm. Weil ich jetzt auch nur offensiv sein muss. Und weil ich. Ähm. Einfach. Nicht die ganze Zeit Mobs anlocken will mit AOE. Weil ich Defensive nicht so brauche. Vor allem diese Schwindel. Und ähm. Ja. Die Buffs halt. Ja. Und. Weil. Ähm. Ich nicht Stunts will. Haben. Weil ich finde das Spiel ist schon genug leicht. Beim Leveln und so. Da muss ich jetzt wirklich nicht. Die ganze Zeit die Gegner stun. Bei den Fortkämpfen würde ich das natürlich. Schon eins setzen. So. Kann ich dich erreichen. Komm bitte. Komm mal runter. Ja. Komm runter. Greif mich schon an. Jetzt habe ich irgendwie Defensive. Ah nein. Sie kann sich nicht bewegen. Aber das ist Defensive. Also Verfassung minus 25. Ist eigentlich recht gut. Gut. Aber mach mal ein bisschen mehr Damage jetzt. Sonst verliere ich noch. Ja. Du musst angreifen. Pfff. Uh. Schaffen wir nicht. Nein. Scheiße. Du musst doch noch ein bisschen mehr auf. Oder wir müssen warten bis wir ähm. 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 Bis. Also wir Gegner nicht allzu ähm. Stark. Also dass er nicht zu früh angreift. Ich hoffe wir schaffen das noch. Aber wir haben sehr viel daneben geschlagen. Ähm. Ich denke jetzt schaffen wir es. So. Ich sollte auch den Bind dort hoch setzen. Sonst müssen wir wieder ähm. weit laufen. Und. Ja. Mal schauen. Diese Geister sind halt nicht zum alleine Kloppen gedacht. Aber. Weil ich ähm. Auch ein bisschen Show. Zwecke. Nutzen will. Hab. Mach ich's alleine. Weil wenn jetzt zum Beispiel acht Leute würden diesen killen mit mir. Dann würdet ihr ja eigentlich nichts sehen. Dann wär's auch nicht spannend. Hä. Oder eben einer hilft denen mit Level 60 oder so. Fände ich auch irgendwie ein bisschen blöd. Man sollte das machen dass die dann nicht mehr helfen können. Weil die. Gegner. Ähm. Dann keine Items mehr geben. Und keine Quests. Mehr erfüllen lassen. Aber irgendwie wollen dass die Entwickler trotzdem haben. Dass man eigentlich zu 99 Prozent im Spiel einfach Sachen überspringen kann. Indem man hochlevelige Hilfe sucht. Finde ich ja ein bisschen frech. Also ich weiß jetzt nicht wie was jetzt die Entwickler genau wollen. Aber. Ein herausforderndes Spiel wollen die das bestimmt nicht. Eher ein herausforderndes Spiel durch Bugs. Ja. Oder durch Balancing Problem. Aber nicht durch irgendwie. Hilf. 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 Hilfsbereite Sachen. So. Jetzt müssen wir hart bisschen laufen. Könnt ihr das Video schneiden. Ja. Kann ich machen. Ist gleich. Ich. So. Ähm. Ich habe noch eine Zusatzattacke genommen. Ich hoffe das wirkt bei ihm. Dass er nicht trifft. Aber das setze ich erst später ein. Außerdem habe ich das Schwert jetzt ausgerüstet. Da seht ihr es. Ähm. Ist ein bisschen. Ja. Schon ein bisschen viel stärker. Und. Ähm. Die Greifenhosen. Ich vergessen habe noch auszurüsten. Und jetzt probieren wir ihn wieder. Ich hoffe er ist noch. Ja. Jetzt ist er ganz oben. Natürlich. Komm runter man. Komm runter. Hey. Voll schlimm. Wie geht. Wie die Schlange so herumglitscht. Herum fliegt. Komm jetzt runter. Hallo. Was macht er überhaupt dort oben? Er will nicht dass wir gegen ihn kämpfen. Er hat Angst bekommen. Dabei haben wir ja verloren. Das vor. Sagt mal. Tach. Xaw. So. Ja genau. Hab ich noch ein. Ding gemacht. Ja genau. Ein Häuschen. Häubchen. Ein Hütchen. Häubchen. Ein Hütchen. Weiß ich nicht. Wie man den nennt. Apostrophe. Auf. Komm jetzt runter. Hey. Schlimm. Schlimm. Schlimm mit den Gegnern. Schlimm. Die wollen alle Berg steigen. Was ist jetzt? Kommst du gar nichts. Bewegst du dich gar nicht mehr. Ja endlich. Schlimm genug gewesen. Was mach ich dich nieder. Ich kill dich jetzt. Wow. Richtig viel Schaden. So. Aber wir haben schon viel Damage bekommen. Aber wir das schaffen. Ja aber. Nur wenn wir jetzt die ganze Zeit treffen. Warte wir setzen das nochmal. Nein. Aber wir müssen knapp. Vielleicht keine Buffs. Die Buffs und Attacken einsetzen. Dann vielleicht. Weil dann greifen wir die ganze Zeit an. Aber der ist ein bisschen zu stark. Der andere war ja noch relativ leicht. So gemein. So gemein. So gemein. So gemein. So gemein. Also was ist das hier. Das war selten. Aber total. Unnütz. Also was ist das hier? Schaden für erzielte Reichweite, bringt nichts, also Bewegungsgeschwindigkeit bringt nichts. Also dann werde ich mich so nochmals buffen, sonst probieren wir halt nochmals, einfach gar nichts einsetzen. Außer vielleicht am Schluss die Eins. Und sonst muss ich ja noch ein Level machen, von mir aus. Und endlich mal Items finden, wäre auch nice. Leute, der hat kein Leben. Der hat kein Leben, der hat immer noch kein Leben. Okay, so ist es einfach. Hä? Hä? Ich hab noch fast immer über das Leben. Oh Gott. Und jetzt müssen wir wieder zurück, um zu wissen, dass man den Altar aktivieren muss. Ach Gott. Das haben wir schon dreimal gemacht. Die hat gar kein Gesicht. Was Regnungen verbessern kann, ist die Charaktermonitäre nicht richtig anzeigen. In den Fenstern und im Haupt-, also im Charakter-Auswahl-Menü immer Bugs, immer Fälle, also ja Grafik-Fälle hat. Und es kann ja Regnummer besser. Wir könnten auch mal die fliegenden Steine suchen und zählen. Vor allem zählen. Es gibt sicher hunderte, wenn nicht tausende Steine, die fliegen. Aber dafür müssen wir auch bei Südis und Eisier sein. Ah, da würden wir ja nie fertig werden. So. Wow, ein bisschen Erfahrung bekommen. Okay. Okay. So, sobald ich dann mal Geld geholt habe und da Ximarin aufgeladen habe, kaufe ich mir eben meine Charakterplätze-Scroll und noch ein Reittier für den Schützen, den ich dann mache. Dann nehmen wir mal den Schützen und machen hier natürlich den Baban weiter und den Beschi machen wir weiter. Ja, mal gucken. Also, am wichtigsten ist natürlich schon der Baban, dass der genug bekommt. Da unten ist der Altar. Ja. So, und wieder zurück. Ich mag solche Quests nicht. Nein, ich mag sie nicht. Oh, ich hab'n Schlüchel. Schlüchel. Ich hab'n Schlüchel. Mein Schwanz ist ein Schlüchel. Ich bin ein Olander. Und Austin Powers in Goldständer. Voll geiler Film. Schade, dass er nicht so berühmt wurde und dadurch kein vierter Teil entstanden ist. Aber das sind lustige Filme. Das sind wirklich lustige Filme. Und die hatten auch wirklich schwarzen Humor vor allem für gegen Schwule und gegen Leute, die ein bisschen crazy im Kopf sind und so. Aber, ähm, nicht so, als würde es böse sein. Es ist einfach schwarze Humor. Sozusagen. So, jetzt haben wir hier vorne noch eine Quest. Da muss ich mal gucken, was die macht. Ja, grabte Elemente, das war klar. So. Mal schauen, wieviel wir hier noch machen müssen. Weil der Part ist jetzt schon ein bisschen länger. Hm. Da hinter diesem Stein, glaub. So. Windrunenstein, Erdrunenstein, Feuerrunenstein, Wasserrunenstein. Und jetzt muss ich zurück, ja. Und soll ich jetzt mit den Runensteinen anfangen? Jetzt muss man die irgendwie verschmelzen, oder was? Ich schmeisse sie in den Hochofen, in den Vulkan. Einfach in die Lava reinschmeissen. Ach, hab keine Ahnung. Keine Ahnung mehr, was bei Asius war. Das war schon so lange her. Also, ja, das hatte ich ja. Die Quests, glaub ich, nie gemacht. So. Noch mehr Quests. Mit Kiste. Aha. Jetzt müssen wir die Sachen in die Kiste tun, oder was? So originelle Quests mit so guter Story. Alles mögliche. So richtig hochqualitativ. Nicht. Nein, jetzt muss ich so Sachen hier rein tun. Die Rundensteine sind sicher. Hätte ich jetzt nie gedacht. So. Also. Ähm, die Quests sind genauso gut wie mein linker Schuh, der total kaputt ist. Und jetzt? Oh. Was haben wir hier? 34. Ja klar. Beim Jäger muss ich das schneller machen. Das muss ich genau, wenn ich die Quests bekomme, schon gemacht haben. Ja. Bisschen weniger am Mobs Level. Uh. Ihr dürft das Königreich nicht verlassen. Wenn ihr das tut, werdet ihr geköpft. Ich werde nun etwas näher damit... ...mit beschäftigen und eure Schuldbekenntnisse mit nach reinziehen. Boah. Was? Wir sind gefangen im Königreich. Das geht mir gar nicht. Ja, also dann machen wir die nächsten Quests zum nächsten Paar. Ähm, ja. War ein bisschen nervtötend heute. Wirklich nervtötend mit dem Leveln, mit dem Skillen. Ähm, mit dem Asranging töten die ganze Zeit. Probieren und dann mal schaffen. Und... Ja, alles mögliche. Richtig nervig. Ich werde jetzt, ähm, an den Strand hier im Mosten, werde ich, ähm, leveln. Und wir sehen uns dann im nächsten Paar wieder. Dankeschön fürs Schauen. Tschüss.